Lili Tadevossian ist lernende Fachfrau Gesundheit beim Lehrbetriebsverbund Spigura und arbeitet im Verbundbetrieb Spitex Zolliken. Seit kurzem ist sie allein unterwegs zu ihren Kundinnen und Kunden. Sie kümmert sich um die Grundpflege und gibt den Kunden Sicherheit, dass jemand regelmässig nach ihnen schaut. Wie entsteht Vertrauen zwischen Lili und den Kunden? Oft ist es so, dass man sich am Anfang kennenlernt. Man fragt persönliche Fragen. Von denen man z.B. kommt oder was man in der Freizeit gerne macht. Und halt alltägliche Gespräche, z.B. über das Wetter oder was am Wochenende unternommen wird. Z.B. mit der Familie essen gehen. Und so beginnt man Vertrauen aufzubauen, indem man sich gegenseitig in einer gewissen Distanz kennenlernt. Am Anfang hat sie Bedenken gehabt, dass ihr etwas passieren könnte, wenn sie allein auf Besuch zu den Kunden geht. Ich habe mir oft am Anfang Gedanken darüber gemacht, wie ich reagieren müsste, falls etwas passieren würde, was sehr unerwartet ist. Und ich habe das auch mit der Berufsbildnerin besprochen. Sie haben mir auch den Rat gegeben, mir einen Notfallzettel zu machen, indem ich gewisse Notfallsituationen aufschreibe und was für Massnahmen ich dazu ergreifen kann. Die Spitex Zollica setzt Vertrauen in ihre Lernenden und gibt ihnen dadurch auch Sicherheit. Wir begleiten in einem wöchentlichen Turnus die Lilith auch immer wieder auf ihren Einsätzen, sodass wir beobachten können, wie sie diese Einsätze macht und die Tätigkeiten ausführt, wie auch die Klienten auf ihre Arbeit reagieren. Und das gibt uns eigentlich einen guten Einblick, dass wir wissen, dass wir vertrauen können in Lilith, wenn sie alleine unterwegs ist. Die Fehlerkultur ist in einem Betrieb wie in der Spitex, in dem man immer alleine unterwegs ist. Lernende sowie ausbildende Personen sind sehr wichtig. Man darf Fehler machen, man muss diese Fehler kommunizieren, das ist wichtig. Gut ist, wenn man im Vorhinein bei Unsicherheiten telefoniert. Lilith, wenn sie alleine unterwegs ist, erreicht sie jederzeit per Telefon im Büro jemanden, der sie fragen kann, der auch in speziellen Situationen sofort abkömmlich wäre und Lilith vor Ort könnte unterstützen. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das gegenseitige Vertrauen sind unerlässlich, damit sich alle sicher fühlen. Kundinnen und Kunden sowie die Lernenden.